Ein packendes Turnier liegt hinter uns, verehrte Gäste. Kommen wir nun zur feierlichen Siegerheerung. Applaus für... Jetzt mal nicht so vorschnell, meine Lieben. Ich fordere ein Duell. Nein! Sie haben es getan! Sie haben es so getan! Wie geil ist das denn? Das Gehen auf zwei Beinen ist eine Kunst für sich, immer. Die Musik! Hört, hört! Da will doch tatsächlich jemand unseren Champion herausfordern. Ob sein Wunsch wohl Gehör finden wird? Und was hat unser Mr. X überhaupt zu bieten? Die Luftknistervorspannung! In meiner normalen Gestalt wollte man mich hier nicht spielen lassen. Aber in dieser Kluft bin ich perfekt gesatzt. Etwa nicht? In welcher Welt lebst du? Vielleicht durchschaust du meine Tarnung, alter Freund. Die anderen jedoch nicht. Dereckungsgericht schallt. Triffst du jetzt gegen mich an, Cloud? Oder willst du kneifen? Für heute habe ich mehr als genug. Nee, ich will! Cloud, los jetzt! Du schaffst das, Red! Ho, ho! Halt rein! Wie kreativ haben die das umgesetzt? Das ist einfach nur zur Tarnung, damit er nicht auffällt. Da läuft er dann da so rum und hier haben die das jetzt so gelöst. Das ist viel, viel besser als im Original. Das ist viel, das ist besser einfach. Das ist so krass, ich kann nicht mehr. Boah, ist das geil. Boah, dann mache ich jetzt aber nochmal Lauter für mich hier. So, let's go. Möge das Spiel beginnen. Kannst es wohl kaum erwarten, dich zu besiegen? Meinen Trumpf hebe ich mir auf. Ich halte mich nicht zurück. Bereit. Ich gebe mich. Nicht geschlagen. Der Sieg ist mir sicher. Ich habe die Oberhand. Wie zu erwarten war. Jetzt kommt es drauf an. Ich halte mich nicht zurück. Ich gebe mich. Nicht geschlagen. Boah, ist die Musik geil, ne? Junge, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Einer-Karten. Muss ich nicht. Ähm. Bereit. Ist jetzt mega Risiko. Gebst du etwa schon auf? So wird das nicht. Das ist Schuss. Achso, hier wollte ich. Ja, sehr, sehr geil. Auf einmal jetzt verlieren, ne? Ist egal. Ja, würde sagen ja. Dieser geile Soundtrack, ne? Ich räume meine Niederlage ein. Du bist wirklich stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. Wann hast du dir das alles beigebracht? Ein Jäger späht seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat ja gut funktioniert. Liebes Publikum, der Gesamtsieg geht ab Cloud Strike. Mit deiner Finesse hast du uns alle verzaubert und dir diese Trophäe mehr als verdient. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Das Turnier ist hiermit beendet. Wir bedanken uns herzlich bei allen Catoreros und Toreras, die teilgenommen haben. Unsere Fahrt nach Costa del Sol verläuft planmäßig. Bitte genießen Sie auch den Rest Ihres Aufenthalts an Bord. War doch lustig, oder? Ja, schon. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Du warst wirklich fantastisch. Und jetzt? Falls jemand von die Fähre ankommt? Morgen. Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls Hundenlöde. Ja. Warum nicht? Ich finde es ja so krass. Ich finde es krass. Eine Sache, wenn es hier nicht zu einem Kampf kommt auf dem Schiff, fehlt natürlich auch eine Sache, aber ich wäre völlig fein damit, wenn es so bleibt. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir jetzt gleich ankommen, wäre ich völlig fein damit. Heute vergebe ich ausnahmsweise mal keine Berichte. Ich könnte stundenlang auf das Meer starren, wie die blauen Schattierungen mit den roten Verschmelzen. Man wird förmlich hineingezogen. Ja, das verstehe ich, Chattie. Ich mag das Diopi-RP auch. Entschuldigung. Und jetzt, liebe Freunde, schweigen wir in der salzigen Brise wie ein Nagel. Ich würde gerne die anderen Charaktere auch noch treffen. Madame M., Anjan. Die würde ich alle gerne nochmal sehen. Außerdem sage ich gerne Anjan. Ich weiß nicht warum, weil der Name richtig geil ist. Das ist... Also ich hätte nie gedacht, dass es eine maskuline Namensform von Anja gibt, ne? Gibt es Anjan wirklich als Name? Weil ich finde, das ist voll der geile Name. Weißt du, Anjan. Wie du zurückgeschlagen hast, hab richtig Gänsehaut bekommen. Es gibt wirklich nichts, was du nicht kannst, oder? Aber nicht doch, Leute. Ihr macht unser ganz verletzt. Die Hauptsache ist doch, dass da beiden anderen auf ihre Kosten gekauft sind. Nochmal speichern. Boah, ist das ein wholesome Part. Ich kann das nicht mehr. Junan hat mich... Es wird ja immer besser. Das Spiel wird hier immer besser. Und du denkst so, das kann sich gar nicht mehr übertreffen. Entschuldigung, ich muss so hart fangirlen. Weil ich liebe die Änderung. Ich liebe die. Ich genieße jede Sekunde von diesem Spiel einfach. Es gibt das Original. Ihr könnt das Original alle weiterspielen. Es muss nicht wie das Original sein. Ich liebe das. So sehr einfach. Ey, du bist ja gar kein Fan mehr. Gott, ist das schön. Ich weine nicht. Ich habe immer noch ein bisschen Nase, aber ist das nicht schön? Ich kann nicht aufhören zu fangirlen, ey. Wir stehen hier die ganze Zeit so, als würde man ihnen ihre Handtasche klauen wollen. Ich gehe nochmal nach oben. Gina würde ich auch gerne noch... Ach, wir können ja auch hier hin. Okay. Hier können wir auch. Hier dürfen wir auch hin. Ach, da ist sie ja. Natürlich erste Tasse. Es tut mir aufrichtig leid. In die erste Klasse kann ich sie ohne gültiges Ticket leider nicht lassen. Zugegeben, das lief alles andere als geplant. Aber egal. Was mir hier durch die Finger geglitten ist, werde ich in Costa doppelt abgreifen. Ich würde sie so gern kostfällen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich glaube ich auch schon bei Rebirth... äh, bei Remake gesagt. Ab und zu muss man das Steuer einfach mal los und sich treiben lassen. Wenn der Wind es so will, dann sehen wir uns sicher wieder. Okay, fang. Ich bin ja mal gespannt, wie sich denn... Und hältst du Flötenpreisen verschärmelt. Jetzt schließt mich noch ein total unbeschädiges... Ah, okay. Dieses Mal sind ganz schön seltsame Leute mit an Bord. Hey. Boah, das war so schön. Alles genossen, Leute. Jede Sekunde. Auch der Kampf gegen Gina. So genossen einfach. Oh, und neue Angebote. Ja, nice. Ach, das ist immer noch der Barbarenreif. Okay. Ups. Gut, alles da. Ah, ja, wie darf man denn da sein? Oh, er wüsste, ich wollte eigentlich mit dir reden. Oh, das Spiel lässt mich nicht. Oh, das ist ganz schön. Oh, das ist der auf dem Weg. Oh, das ist es. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Warum kann ich nicht mit denen reden? Das sieht so aus, als könnte ich es. Die Schweine. Oh ja. Oh, guck mal da. Das habe ich so weit abgefeiert, ne? Ja, dann wollen wir mal weiter, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Sieht gemütlich aus. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben einen Notfall an Bord. Passagiere werden in Ihre Kabinen gebeten. Alles Militärpersonal. Versammelt sich bitte sofort am Deck. Ah, jetzt geht es aus. Jetzt geht es aus. Ich gehe nochmal ganz kurz pinkeln. Ihr merkt gar nicht, ich bin sofort wieder da. So, willkommen zurück. Die Musik ist so bedrohlich. Ich habe nebenbei noch so ein bisschen Kram gemacht. Und ich habe gerade noch was gegessen und getrunken und so. Und jetzt geht es weiter. Bisschen sehr Hype, ne? Okay. Brett? Barrett? Kannst du bitte mal aufwachen? Meine Güte, der Mann hat einen Schlaf, ne? Ich kann nicht mehr. Der Mann hat vielleicht einen Schlaf. Okay. Los geht's. Heißt das unsere Antwort? Schlaf, Sie sprechen hier, Kapitän. Wir haben eine Notfall-Affort. Aber wir werden in Ihrer Kabinen gewinnen. Alles für den Kärfer-Fahrt. Die Fischer sammelt sich bitte sofort am Deck. Waffen entdeckt! Heißt! Lass die Fischer nicht hier rein! Die Waffen! Lass die Fischer nicht hier rein! Heißt! Hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben eine Notfall-Affort. Wir werden in Ihrer Kabinen gewinnen. Alles Militärpersonal. Das sammelt sich bitte sofort am Deck. Militärpersonal, bitte sofort am Deck. Und es führt doch nicht die Trempe rauf. Mir fällt jetzt also auf wie macabber das ist, dass die Klasse hier wirklich ganz, ganz furchtbar aussieht und dass sie das trotzdem noch versucht haben, hier so zu schmücken. Wie wollte sie sich das nicht leisten können oben? Aber die dürfen, glaube ich, alle an Deck, oder? Ist auch egal. Ich weiß nicht, wieso ich mir gerade darüber Gedanken gemacht habe. Hier ist abgeriegelt! Nimm die Treppe da vorne! Okay, mach ich! Schnell! Nicht sie weg, hier! Mama! Was ist hier los? Das ist im Himmelbomber! Was ist doch bei mir? Der Kapitän wartet an Deck! Okay. Oh je, was machen wir jetzt los? Der kennt uns zwar nicht und wir sind völlig falsch hier bei der ganzen Sache, aber egal. Nicht schocksen! Was ist hier drin? Oh! Ihr seid gekommen! Schnell! Hierher! In diese Richtung! Ungeheuer überrennen das Schiff! In gewaltiger Zahl! Bitte! Ihr müsst etwas tun! Ja, geht klar. Ich sehe nach, ob hier unten noch Passagiere sind. Könnte... Du! Kannst du helfen? Natürlich! Danke! Hier! 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 Los, komm! Okay! Oh, wir haben Red dabei! Okay, komm! Los geht's! Der Kartenmaster muss jetzt... Äh... Okay. Äh... Äh... Ich würde mich gerne noch umkommen, aber die Musik ist so geil und ich muss rennen! Äh... 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 Vorsicht! Jetzt! Und es ist... Jetzt! Äh... 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 Seek! Nösch! Los... Sehr gut! Was sagt so... Because... ... tschüss! Es ist... ... Sorry, ich dachte gerade, ich spiele Aerys. Das wollte ich gar nicht, die beiden nicht. Ich muss immer noch die Waffen leveln, ich weiß, ich weiß, ich weiß, also immer noch die Waffenwertigkeiten. Das hat nicht für den Helfer gereicht, der hat dann immer so einen kleinen Schmetter den Krieger. Hm. Ja. Ich übernehme. Shit. Mein Haufen. Oh, shit. Ich war schon wieder richtig drin. Ich habe es ja gar nicht gemerkt. Da war ich schon wieder ganz woanders. Damit sollte es wieder gehen. Ich mache es wieder gut. Was? Shit. Ich muss ihn heilen. Ich muss ihn heilen. Ja. Du schaffst das schon. Ja. Nichts überstürzt. Hat er noch so ein Bio? Aber das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Bin ich jetzt drin? Geh in deinen Kreis, geh in deinen Kreis, geh in deinen Kreis. Ja. Ja. Ich bin ja gleich vorbei. Hm. 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 Ja. Oh. Jetzt erst recht. Oh. Kacke. Oh. Komm schon. Oh. Oh. Da bin ich jetzt aber gar nicht gut. Oh nein. Aber Cloud ist tot. Ich hoffe, der lebt jetzt viel. Also ich hoffe, der ist nicht mehr Kampfhoppel, ich meine. Oh, okay. Ja, gut. Ähm, habe ich noch, mich da draufzusetzen auf die Bank? Oh, ja. Ich meine, so viel Zeit muss jetzt auch mal sein, ja? Das muss man auch mal machen. Sehr wichtig. So, jetzt aber. Das hat jetzt keiner gesehen, okay? So. Kurz mal setzen und jetzt weiterkämpfen. Nichts leichter als das. Was ist denn hier bei uns los? Das sollte reichen. Bis hier und nicht weiter. Alles okay? Ja, ja. Aber die Biester sind zu den Kabinen durchgebrochen. Scheiße. Let's go. Vielfach. Vielfach. Kommt nicht wieder vor. Ich lege los. Zack. Und. Entscheiden, Dad. Tschüss. Wie sieht's aus? Überall sind Ungeheuer. Und der Kapitän? Der wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Klaus, sieh doch! Wow. Krass. Kein Problem. Oh, shit. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Nimm das! Nimm Lippe! Zack! Dein zum Angriff! Nimm das! 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 Passagieren zu verschmelzen! Nimm das! 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 Schnell! Schnell! Was? Das waren mit Ruhe! So gut werde ich nicht. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Oh! Oh! Nimm das! Nichts überstürzen. Oh! Ich hoffe, sie hat alles gemastert. Wir gucken mal. Lederhandschuhe. Oh, sie hat auch zwei. Oh mein Gott. Kaiserhände. Ja, doch, das ist gut. Das ist sogar ziemlich gut. Äh... Übermacht. Angriffe, die auf diese Fertigkeit folgen, haben eine erhöhte Chance, die Gegner einzuschüchtern. Kann in der Luft eingesetzt werden? Okay. Wo bin... Ey! Hacke dritt. Okay. Ah! Ja! Wir müssen... Ich mach das noch alles off-stream. Äh... Äh... Wie nennt man das? Äh... Ohne Aufnahme. So, jetzt ist ein ganz leerer. Hm... Dann mach das. Hm... Ja, so. Ich hab ein bisschen Angst, es wird wahrscheinlich einen fetten Kampf gleich geben, ne? Der Kapitän. Ohne Aufnahme ist der Kapitän. Tch! Aja! Ah, und tschüss! Na? Das war's! Hier ist jetzt Schluss! Hä? Genau so! Übernimm du. Überlass das mir! Ja! Geil! Das war abzusehen. Geil. Weißt du was? Der macht ja gar nichts mehr. Äh... Äh... Warte. Was war das nochmal? Okay... Das ist super. Da können wir noch zwei machen, aber egal. Huch! Oh geil. Den brauch ich eigentlich, ne? Ich muss das wirklich leveln. Was ist grad nicht... Nicht so die perfekte Zeit. Aber... Wir können jetzt noch gucken. Haben wir sonst noch irgendwas? Kraftreif können wir machen. Wenn wir den Kraftreif machen, leveln wir nochmal voll. Das ist geil. Dann kann ich den anderen nicht machen. Super. Jupp. Die Sachen müssen wir dann auch alle mal verkaufen. Äh... Oh. Haben wir schon dreimal. Ist ja auch wunderbar. Mhm. Seenohring. Na, okay. Gegen Gift können wir auch machen. Das ist übrigens sehr gut. Falls wir mal wirklich Not am Mann haben. Okay. Komm. Hallo. Keine Sorge. Ich... Pass auf. Hier wohnt noch ne Bank. Oh. Oh mein Gott, Baggerboy ist wieder da. Wie cool ist das denn? Geh mal kurz hin, ne? Ja. 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 Aufgepasst. Ziemlich schwarz. Ja. Fadlen. Schon gewonnen. Ja. 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 Wow. Warte mal, ich bin doof. Wir sind hier lang, ne? Ne, ich lauf grad falsch. Ich lauf grad total zurück. Ah, war ich ein bisschen verwirrt. Glaube ich. Ich glaube, ich lauf jetzt richtig. Ich hoffe, ich laufe richtig. Oh, super. Komm sofort. Komm uns hinsetzen. Ja, ich komm sofort. Ätterchen, ey. Was, die sind auch günstig. Ich bin aber auch mit. Ich bin so... gierig, ne? Äh, so, ne, geizig. Geizig, meine ich. Ja, hier werden wir auf jeden Fall mal speichern. Okay, und jetzt der Traum. Da hab ich aber was gesehen. Genau, ich wollte schon sagen, der Arm. Diese Männer verschmelzen mit Ungeheuern zu extrem gefährlichen Kreaturen. Es ist meine Pflicht, sie unschädlich zu machen. Hey, überziehen! Hey! Ich hab... Ich hab... Ich hab damit nichts zu tun! Juvik! Das war... auf Schau. Ein Kapitän... muss seine Passagiere beschützen. Hey! Ist es das, was ich denke? Ist es das, was ich denke? Ich werde da ein Monster erkennen. Yes! Yes! Einst gab es ein Monster. Es konnte seine Gestalt beliebig wandeln, um die Menschen zu täuschen. Mal gütig, mal furchteinflößend, wie es gerade nötig war. Und es hörte auf den Namen. Genova. Boah, sieht das geil aus! Wuuuuh! Pistin! Oh, was mach ich denn hier? Entschuldigung. Scheiße, ich muss auch fassen! Was mach ich denn hier? Scheiße, ich muss auch fassen! Okay, ich bin mal ruhig. Nee, ich bin nicht ruhig. Die Musik ist voll geil! Oh! Und schau! Und schau! Dann über mir! Geh dich 10 auf mich! Ja! Ich mach das! Ich zimmer schlussend! Auf Wuckle Barret ist verlassen! Ein Barret-Spezial! Los, wir verlaufen! Geht's um alles! Ja! Ich mach das! Ich mach die. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Hau! Ja! Die Musik! Ich mach das. ja Verzieh' dich! Jetzt hab' ich dir das an! Ihr lernt gleich jemand Schmerzen kämpfen! Komm, was für dich! Übernimm' dich! Übernimm' dich! Übernimm' dich aus mir! Verzieh' dich! Ich seh' dich! Ich übernehme! Von mir ist er klein. Jetzt ist er los! Auf über dem Drill! Roger! Ich übernehme! Du bist am Zug! Abschiegt! Los! Hab schon vor Arbeit. Jetzt ist es leicht. Falschäle. Zack, Zack. Haja. Finish. Genauso. Ich bin der Idee. Stopp. So. Das wird aber einfach nicht sein. Ich zähle auf dich. Hier kommt Waren! Das tut mir echt so nah. Zeig mir deine Verflüge! Hörst du den Letzten? Komm zu uns! Wir schaffen das nicht ziemlich zurück. Zu wie hart. Übernimm du! Roger! Ich übernehme! Dann übernimm. Das bedeutet Rappen. Das ist die Kampf des Planeten! Das, glaube ich! Das sind die Anstrengung im Bege gedaan. Das ist ein Fahrzeug. Das ist eine Schallung. Das ist das? Sie sind auch eine Schallung, das? Das ist es aus. Sie sind sie. Sie sind ein Horror-German zu sagen. Das ist eine Schallung. Ich bin sogar ein Erfolg. Da! Wir müssen wechseln. Verdammt noch mal still, Scheiße! Und zingeln! Ist egal. Einfach abhacken. Wachstum! Schuhe! Wachstum! Los! Schau! Hier? Hier! Alles in dir! Übernehmen du! Auf und unter dem Zuchtgebir! Ich will! Hinten! Ha! Na! Ha! Komm jetzt! Knife! Ha! 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 Hinten! Sie haben ein movements mit dem Feld. Was war das für ein Kampf? Was war das für ein Kampf, Junge? Nicht, dass meine Traumtheorie hier wahr wird. Hä? Klar, aber es macht Sinn mit dem Original, deswegen sage ich nichts. Es macht Sinn. Ich bin hellwach. Hier spricht Ihr Kapitän. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Probleme an Bord beseitigen konnten. Wir sind wieder auf Kurs und steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Freuen Sie sich auf eine erholsame Zeit unter strahlend blauem Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht. Ich freue mich auch